So, also während meine telemediale Freundin von der Telemedialredaktion Hamburg bei mir hier im Tesla auf der Freisprechanlage ist, musste ich kurz zum Thema Zwangsimpfung die Kamera einschalten. Also beim Thema Zwangsimpfung sage ich ja schon mal, was ist mit jemandem, der Angst hat vor einer Nadel- und Nadelangst hat. Und wenn dann der Herr Mayer zum Beispiel sagt, wer nicht sich impfen lassen will, der ist kein Teamplayer in der Demokratie. Also dann müssen wir aber auch den Teamplayer in der Demokratie so sehen, dass alle, die gerade aus dem Ausland nach Deutschland reinströmen, erstmal gar nicht in Asyl, sondern in Quarantäne müssen, damit keine Ansteckungsgefahr ist. Und erstmal die Sicherheit, dass keine neuen Krankheiten ins Land getragen wird, vorrangig sein. Und dann im Rahmen der EU-Vereinbarung muss die Quarantäne direkt gleich am Mittelmeer, direkt an der äußersten Grenze der EU umgesetzt werden. Und dort müssen erstmal alle in Quarantäne, wenn sie dann in Quarantäne sind und sie sind gesund, dann müssen die auch erstmal geimpft werden und das aufholen. Nicht, dass wir Deutschen sozusagen uns nadeln und nadeln lassen müssen. Und die, die gerade auf der Flucht sind, die haben das Ganze nicht. Und deswegen muss da mal dann auch, wenn man dann schon festgestellt hat, dass die jetzt gesund sind, dass die geimpft sind, müssen die dann auch gleich, wenn der Herr Spahn uns das immer so verkauft, auch dann gleich ihren Organspendeausweis kriegen und sie sind automatisch Organspender. Und die müssen dann auch automatisch natürlich zwangsgetauft werden. Wer ins Heilige Land kommt, muss erstmal zwangsgetauft werden. Was ist eine Zwangstaufe gegenüber einer Zwangsimpfung unseres Kindes in einem Staat mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit? Also, wenn man einem mal Wasser über den Kopf schüttet, ist doch halb so schlimm, wie wenn man einem eine Nadel in der Hand hat, in der Körper macht. Das wäre ja eine körperliche Verletzung. Denkt mal drüber nach, was ich da so sage. Ich habe es ja bloß mal so plump dahergeredet, ohne mir groß Gedanken zu machen. Frei vom Herzen, frei von der Leber, frei von den Nieren. In diesem Sinne, Herz 5 und Hua Jai Ha.